Bauhaus, wenn's gut werden muss. Aus dem Bauhaus-Sortiment präsentieren wir Ihnen die Elektropumpe Autopump von Gloria. Wo Sie früher noch per Hand mühsam den Sprühdruck selbst aufbauen mussten, ist dies dank des Autopump-Sets nicht mehr notwendig. Wir zeigen Ihnen wie. Handelsübliche Batterien oder Akkus in die Elektropumpe, die aus robustem Kunststoff besteht, einsetzen und den Griff anschrauben. Nun die bisherige Pumpe entfernen und die Elektropumpe Autopump einsetzen. Mit nur einem Knopfdruck baut sich der Druck jetzt im Behälter auf. Gleich kann mit dem Sprühen begonnen werden. Das Autopump-Set ermöglicht Ihnen müheloses Arbeiten ohne Muskelkraft und permanentes Sprühen ohne Unterbrechung, da der Druck automatisch nachgeregelt wird. Dank des gleichbleibenden Betriebsdrucks verfügen Sie zudem dauerhaft über ein optimales Sprühbild. Eine Batteriefüllung reicht für eine Ausbringung von bis zu ca. 10 5-Liter-Behältern aus. Die Elektropumpe Autopump passt zu allen 5 bzw. 8 Liter Kunststoff-Drucksprühgeräten von Gloria. Das Geräteset besteht aus der Elektropumpe Autopump und einem 5-Liter-Drucksprühgerät. Wenn Sie gerne auf lästiges und mühsames Pumpen beim Druckaufbau verzichten wollen, ist das Autopump-Set das ideale Sprühgerät für die Pflanzen in Ihrem Garten. Weitere Informationen finden Sie auf www.bauhaus.info oder direkt in Ihrem Bauhaus-Fachzentrum. Bauhaus, wenn's gut werden muss.